So, was machen wir jetzt? Wir können eine Endlose-Herausforderung machen oder Vernetzte spielen. Ich würde ja gern Vernetzte spielen spielen. Das ist nämlich immer wieder witzig. Ich finde das immer wieder witzig. Immer wieder witzig sind diese Gegeneinander-Dinger. Ja, Leg-Action. Ich liebe Leg-Action. Leg-Action ist richtig gut. Oh ja, und es ist ein Gegeneinander-Level, wo man einfach einen Schlüssel braucht. Jetzt warten die sowieso hier nur. Und die anderen juckt das nicht, dass man einen Schlüssel braucht. Die holen sich locker die roten Schlüssel nicht. Da ist einfach das Ziel! Hä? Diese Tür am Anfang war einfach ein Troll. Man hätte einfach durchlaufen können. Was ein Scheiß-Level. Was ein Scheiß-Level. Oder es sollte gegen genau diese Leute feuern, die immer nur bei diesen Türen am Ende bleiben. Kriegt nur ein Mittel. Was ein Scheiß. Ja, wieder plus 94. Zwei Siege in Folge. Haha. Luigi's Mansion 2D. Okay, das klingt vielversprechend. Aber wenn er... Ja, es laggt halt mega. Wenn er schon so lange braucht, am Anfang, um das Level zu laden... Kann das ja nur laggen. Drei... I... I... Zahn... Nie... I... Chi... Go! Okay, nett. Ein Fahrstuhl. Und wir gehen jetzt in die Luigi's Mansion rein quasi. Alter, so kann man doch nicht spielen! Ich bezahle Geld dafür, dass ich hier online spielen kann. Oder ist das so ein Erlebnis? Vor allem, wenn man gleich irgendwas Präzises machen muss, dann wird das halt gar nichts. Okay, ich bin Erster! Ich schaffe es! I'm the very best! Like no one ever was! Ich geh die rechte Röhre! Ihr könnt mich mal! Haha! Und dann nehm ich die linke Röhre! Haha! Der scheint einen Schlüssel zu haben. Oder warum leuchtet der so kum? Da ist ein Schlüsselteil! Ob man die braucht? Ist ja ein richtig geiles Level! Muss ja einfach stundenlang warten, bis man unten ist. Nur um dann zu sterben. Oh, guck mal, da ist noch eine Münze! Hab sie! Ist halt sogar egal, wer die Münze holt. Ich hab jetzt aber den Schlüssel! Haha! Weil ich die letzte Münze geholt hab! Ihr Bodo-Bos! Ich komm mit Ziel und ihr immer nicht! Lelelelelelelele! Wir brauchen noch einen Schlüssel! Ich hab noch einen Schlüssel! Ratet mal, wer ein Schlüssel hat! Ne, 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 ne! Ich komm mit Ziel und ihr immer nicht! Locker hätte ich links hingemusst! Ja, locker! Warte, warte, warte! Man muss nämlich groß sein dafür! Ja, geh du mal nach da unten! Ja, ja, mach du mal! Ich geh hier lang! Ja, versperr dir den Weg! Ist vollkommen okay! Guten Tag! Nein, nein, hallo! Nein, Mario! Wer? Nein, der hat den Weg vor uns gefunden! Das kann nicht sein! Mario, warte! Hallo! Ich hatte beide Schlüssel! Ich hab das verdient, dass ich ins Ziel komme vor dir! Okay, gut, dass hier noch so ein Teil kommt! Okay, okay, vor ihm, vor ihm, vor ihm! Bitte Ziel, bitte Ziel, bitte Ziel! Komm schon, komm schon, komm schon! Ziel, Ziel, Ziel! Das ist noch ein Buch! Ist mir egal! Einfach durch! Scheiße, egal! Man braucht noch einen Schlüssel? Ah, okay, verstanden! Man braucht einen Stern und muss dann den Buh töten! Du Bastard! Nein, nein, nein! Oh, die kriegen das locker auch nicht hin! Die sterben beide an den Buh, weil sie ihn nicht angucken! Guck, der eine ist schon gestorben! Und der andere auch! Das war so klar! Das war so klar, dass sie beide den Buh nicht angucken! Weil sie beide den Schlüssel haben wollten! Ja, ja, die Gear! Kann man unten durchlaufen? Was meint ihr? Ich lass mal den Mario vor! Ja, es geht! What? Nein, 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 nein! Wandsprung, Wandsprung! Mario! Mario! Ja, ja, sowas von verdient! Du blöd Kopf! So, komm mal! Ja, 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 ja! Das ist meine Chance! Das ist meine Chance! Schlüssel! Okay, perfekt! Links, rechts! Scheiße! Geh nach rechts, weil man immer nach rechts geht! Da ist noch ein Gegner! Den kann ich auch so einfach ausschalten, glaube ich! Er hat auch noch einen Schlüssel! Okay, dann kann zumindest keiner vor mir da reingehen! Kann jetzt mal das Ziel kommen? Ich hab alle Schlüssel gehabt! Alle! Das ist unfair, wenn ich jetzt nicht als erstes ins Ziel komme! Okay, wieder ein Gegner! Ah, ja, mach du mal! Triff, triff, haha! Triff die mal ein, zwei Mal und ich mach dann den dritten Hit! Hallo! Kleiner Boss! Wo bist du? Da bist du! Die Linke ist die Richtige! Nein, er hat ihn bekommen! Auf seinen Kopf! Auf seinen Kopf! Wir müssen auf seinen Kopf! Shit! Wetten, hier ist jetzt das Ziel! Den muss man auch noch töten, oder was? Ich lauf einfach durch! Ich lauf einfach durch! Ne, man braucht noch einen! Wofür die Röhre wohl ist? Soll ich's ausprobieren? Für gar nix, alles klar! Oh, wieder so ein Level, wo man einfach als allerletzter Miauser... Aua! Miauser besiegen muss! Der, der jetzt Bowser... Miauser besiegt, der wird wahrscheinlich gewonnen haben! Da ist ein Powerblock! Hat das den jetzt getroffen, oder nicht? Der hat auf jeden Fall getroffen! Ich muss auch einen Powerblock erwischen! Scheiße! Warte, Mario, warte, warte, warte! Nein, nein, tu es nicht! Danke! So, den behalte ich jetzt einfach! Und warte, dass er nochmal trifft, genau! Okay, ich hab den Schlüssel, ich hab den Schlüssel! Alles easy, alles easy! Kein Leben verlieren! Ich hab natürlich ein Leben verloren! Aber ich hab auch den Schlüssel! Ich hab den Schlüssel! Ich hab den Schlüssel! Nein! Du erwischst mich nicht! Tschüss! Bitte Ziel! Und einfach nur hier hoch! Da oben ist das Ziel! Komm, 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 komm! Ja! Das hab ich aber verdient! Ich hab vier von fünf Schlüssel gehabt, ja? Einige, einige hab ich mir verdient, andere nicht! Aber ich hatte sie alle! Vier von fünf zumindest! Ach ja, so Schlüssel-Level sind immer die besten Level! Ja, das krieg ich auf jeden Fall toll! Tolles Level! Das addet gleich so eine ganz andere Schwierigkeit zu den Leveln, wenn's so lagt! Da muss man sich ganz anders drauf einstellen! Die einzige Kacke ist halt, dass man das nicht mit Freunden spielen kann! Das müssen die echt noch nachliefern, finde ich! Ich mein, das haben die sogar bei Super Kirby Clash hinbekommen! Wieso nicht bei Mario Maker 2, was einfach ein Vollpreis-Titel ist! Drei! Zwei! Das sieht aus wie ein Beyblade-Level mit den Dingern da oben! Eins! Das leckt ja noch mehr als vorher! Go! Einfach rüberlaufen! Als Zeitluke-Maction, ich bin vor, Luigi! Hör auf, mich hochzuschleudern! Ich will durch die Röhre! Nein, Luigi! Oh, du Bastard! Ja, das hast du verdient, dass du da unten stirbst! Stirb da unten! Wieso stirbst du nicht? Als ob ich da nicht reingehen kann! Hallo, geht alle weg! Oh, man kann kein... Ja, als ob! Was hab ich denn für ein Pech? Was ist das denn für ein Kack? Wow! Einfach du wow! Wäre das so ein Level, wo man die ganze Zeit nur rechts halten muss? Also der Anfang war bisher auf jeden Fall so. Bis jetzt immer noch. Immer noch, immer noch. Die müssen hier warten, bis der P-Switch abläuft. Okay, ich nehm Röhre... Ich nehm die oberste Röhre. Eigentlich ist die rote Röhre ja meine. Luigi, du hättest einfach... Oder Nomu? Du hättest eigentlich da unten hingehen müssen. Hier, ich nehm die... Ich nehm die orangene. Danke fürs Warten, Leute! Warte hier. Danke! Das kann es natürlich richtig lange dauern mit dem Lag. Guck mal oben rechts auf die Zeit. Wie die einfach nicht runterläuft. Okay, gut rennen oder so. Good luck. Aber finde ich schön, dass jeder seine eigene Röhre genommen hat. Oh! Ey! Oh, das erinnert mich mega! Guck mal, ich bin ganz unten, Leute. Das erinnert mich mega an Pokémon Stadium. Da gab es auch so ein ähnliches Spiel. Mit Radfratzen. Wow! Nein! Der Toad ist aber ganz vorne. Oh, ist das kacke mit den Legs. Okay, Glück gehabt. Das wäre richtig gut, wenn ich den Schuh bekommen könnte. Rückzug und wieder Angriff. Ich brauche sogar den Schuh. Oh, okay. Okay, hab ihn. Denn mit dem Schuh kann man auf den Mannschuss rauf. Wenn man dann im richtigen Moment abspringt... Okay. Ey, das ist so dumm mit den Legs. Bin ich Erster? Das ist mega cool mit diesen Ways. Wird das nicht so laggen? Wäre das noch viel geiler. Das ist auch tatsächlich mal so ein Vierer-Level. Im richtigen Moment abspringen, sonst verliere ich meinen Schuh und habe verloren. Wenn man hier einmal verliert, dann hat man natürlich mega versagt. Soll ich zu schnell werden? Hüpf, danke. Hier muss man, glaube ich... Oh, toll! Super Level! Jetzt muss ich nochmal warten. Das ist ja super doof. Aber ich bin Erster! Und ich habe, glaube ich, den Vorteil, dass ich hier die Schräge hochhüpfen kann. Dann sollte ich, glaube ich, Erster werden. Hat mir gar nichts gebracht davor, Erster zu... Jo, der Blaue geht einfach oben drüber, oder was? Als ob das geht. Nein, er ist schneller als ich! Nein! Ja, bitte sterb einfach! Alle sterben, alle sterben! Nein! Nein, der Blaue! Mann, der hat voll Glück gehabt. Der ist auf mindestens zwei Köpfen gelandet. Kacke! Na gut, hier Teamwork. Ich fand das Level eigentlich ganz cool. Wenn es nicht lägen würde und es nicht immer so Parts geben würde, wo man noch warten muss auf die anderen, dann wäre das ganz cool. Also ich gebe dem für die Idee auf jeden Fall einen Toll. Wer zuerst das Ziel erreicht, hat gewonnen. Ist ja bestimmt ein Troll hier, oder? Am Anfang, die erste Röhre. Ich nehme sie trotzdem. YOLO! Mal gucken, wo sie hinführt. Die führt einfach an den Anfang. Geil! Sehr gut. Aber ein Versuch war es wert. Hätte ja auch gleich ans Ziel einen hinschicken können. Okay, wir müssen hier wieder weg. Leute, Leute, wir müssen hier weg. Alles klar, Neustart. Ein Softlock, ein sogenannter. Nein, da ist auch das Ziel. Nein, da ist das Ziel! Ah, die Toad! Jetzt... Ah, fuck! Wie dumm! Man hat es doch gesehen, wo das hinführt. Hier ist wieder nur... wieder nur ein Softlock. Ah, die Katzen im Käfig! Nein, ich bin in die Falle gelaufen. Ich bin in die Falle gelaufen. Das ist aber süß. Toadette gewinnt da und die beiden anderen... ...an ihren Käfig. Das hat schon wieder was Witziges. Das ist der Falle gelaufen. Vielen Dank.